ich wollte hier mal meine hatiora salicornioides vorstellen ich hoffe dass ich das richtig ausgesprochen habe ich kann zwar die namen nicht unbedingt so gut aussprechen aber dafür weiß ich wie man sie pflegt also hier ist eine ist eine die ist jetzt schon so circa sage ich mal zweieinhalb jahre alt sie hat kleine verholzte stellen hier ist eigentlich ein ja man sagt auch ein binsen kaktus warum er diesen namen hat kann ich allerdings nicht so sagen ich weiß nur dass er dass diese pflanze hier für mich sehr bizarr aussieht und deswegen auch so einen platz in meiner sukkulenten sammlung gefunden hat es sind hier kleine ästchen und kann das vielleicht mal hier ganz deutlich sehen die immer mit so klein sagen wir mal absetzen wieder neu beginnen und diese spitzen teilen sich dann immer und dadurch entsteht dann immer so eine art strauchartiges aussehen dass hier diese hatiora so schön macht und für die leute geeignet ist die eben auch eine seltenheit gerne in ihrem raum haben und vor allen dingen wenig aufwand haben wollen denn hier kann man auch rütteln oder ziehen oder zerren sagen wir mal da passiert nichts das heißt auch für die geeignet für die personen die gerne katzen haben oder auch tiere die in der wohnung sind also es ist ideal da fallen auch nicht so viele kleine stellen ab man hat eigentlich kaum arbeit damit und man muss sie auch nicht so häufig pflegen das heißt ich sprühe sie ab und zu mal ein und ja dann gebe ich ihnen auch ein bisschen wasser aber auch nicht so viel im winter eigentlich eher weniger und man sagt auch dass die hatiora hier mehr sag ich mal kühle braucht im winter und jetzt im moment ist es ja winter und also ich habe nicht so das gefühl dass die mehr kühle braucht bei mir ist sie sehr schön eigentlich auch immer und ja wenn sie dann zu groß ist gebe ich die ein oder andere auch schon mal an irgendwelche leute ab die sich dann für diese pflanze interessieren und ja ich kann sagen so 60 cm höhe nimmt sie meistens ein hier und dann so ja sagen wir mal das ist mehr so eine art hängepflanze man kann sie also gut irgendwo in einen raum hängen der nicht unbedingt sage ich mal direkte sonne hat man sollte natürlich schon dahin die pflanze begeben wo sie auch etwas helligkeit hat aber es muss keine direkte sonne sein im april mai oder bei mir auch manchmal sogar früher bilden sich an diesen enden die man hier so sieht bilden sich dann ganz kleine gelbe blüten ich habe jetzt leider hier kein foto da das ich mal zeigen könnte wo man auch sieht wie sich diese blüten dann so entwickeln das ist auf jeden fall ein richtiges blumenmeer das sich da ergibt und die wirkt doppelt so schön vielleicht habe ich auch noch mal die möglichkeit die im mai juni hier zu filmen ansonsten kann man hier so mal die enden sehen wenn die sich besonders wohl fühlen dann werden die immer so schön hellgrün und es geht weiter das heißt also die werden größer mehr und breiter man sieht es hier ja auch an den einzelnen stellen und es kommen dann umso mehr wieder verholzte teile hier hinzu jetzt mal gucken ob ich hier auch richtig rum gehen kann ja so man sieht jetzt hier die verholzten teile und ja das macht die pflanze eigentlich nur noch bizarrer und schöner und es ist ein strauch der wirklich auch robust und widerstandsfähig ist und wenn man auch mal eine zeitlang nicht da ist was ich auch schon mal öfters dann sowas bei mir so eintritt und man hat auch mal nicht so viel zeit man vergisst sie dann ist sie nicht traurig die pflanze sondern sie findet das eigentlich gar nicht so schlecht solange sie nicht in einer sage ich mal sehr warmen sonnigen umge umgebung ist ja im großen und ganzen sagt man dazu man sollte sie eigentlich überwintern zwischen 12 und 17 grad das ist bei mir natürlich hier in der wohnung nicht der fall ich habe meistens sage ich mal zwischen 20 um die 20 grad herum und ja die überlebt das sehr gut ich habe sie dann manchmal auch in im im bad stehen denn im bad hat sie sich bei mir eigentlich immer sehr bewährt sie findet das nämlich toll so eine leichte feuchtigkeit immer zu bekommen und man muss sie ja nicht so häufig gießen das habe ich ja schon gesagt auch im sommer ab und zu wenn man jetzt haben möchte dass sie mal blüht also das soll ja immer im april mai sein bei mir ist es meistens sogar schon ein bisschen eher dann sollte man schon ganz ja sagen wir mal einen dünger verwenden so einen einfachen dünger jedenfalls mache ich das immer preiswert zu kaufen und dann nehme ich also wasser das ich ein bisschen filter weil hier eben bei mir das wasser sehr sagen wir mal kalkreich ist und das natürlich nicht ganz so toll finden diese hat die johra aber ansonsten kann man eigentlich nur sagen es ist eine sehr schöne pflanze und man hat sie jahrelang und ja ich bin eigentlich begeistert von dieser sukkulente hat die johra salikornioides das war's das war's das war's das war's